So, wir sind jetzt hier beim Heli und wenn wir mal auf die Karte gucken, hat Mr. Goyo da oben. Genau, der hat nämlich noch was zu erzählen. Hat wieder was zu erzählen. Ich markiere den mal. Ja, dann haben wir den dritten Punkt. Danach nehmen wir hier die Fertigkeiten am besten. Aber wir fliegen jetzt erstmal dahin, natürlich fliege ich. Herr Ochsen geht da wieder ans Geschutz. Muss ich ans Geschütz? Ja, wir haben eine Geschütze. Dann nehmen sie mal die Geschütze. Ich gehe mal da ran. Ich sitze auf der rechten Seite von oben. I see it. So, sie sind A, ne? Ich bin A. Gut, dann payt ab. Ich würde ja gerne die Lichtpanäle noch kaputt machen. Ach, die werden doch eh wieder neu gespawnt hier. So stimmt. Meinen sie echt? Ja, aber ich kann hier Licht anmachen eigentlich, ne? Na ja, eigentlich schon. Oh. Was habe ich jetzt gedrückt? Licht gehen. Okay. Wo kann ich denn hier landen? Gute Frage. Sie müssen ja dann nur ins Haus. Soll ich sie dann nur so runterlassen? Na ja, lass mich mal runter. Okay. Ah, hier laufen Leute. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Ja. Lass mich mal... Vorsicht, die landen genau am Hügel oder was? Gehen sie mal runter. Ich gehe mal raus. Alles klar, ich bin draußen. Ja, beeilen Sie sich. Wo ist er da also? Geh mal die Waffe weg. Wollen Sie sich den letzten Punkt anpicken? Ja, der ist hier unten. Das ist ja der Dove. Der ist hier unten in der Hütte. Jo. So, ich frage den noch mal. Junge, bleib doch mal stehen. Nachschauüberfälle, nehme ich an. Habe ich. Okay. Dann haben wir wieder neue Punkte. Okay, kommen Sie hoch. Ja, habe ich vor. Brauchen wir ja alles, um uns aufzupimpen. Je mehr wir pimpen, desto besser. Ja, das ist wieder so ein Flugzeug-Clown, ne? Hm, das ist alles. Ja, ich bin drin. Okay. Ich hebe ab. So, jetzt holen wir uns die Nachschubkiste oder was dann auch immer sein. Genau. Die Fertigkeiten gut, aber macht ja nichts. Müssen wir nur gucken, wie wir da am besten rankommen. Na ja, gut, ich denke mal, ähm... Da rechts waren wir, sehen Sie? War da was? Da waren wir. Da haben wir alle weggemacht. Jawohl. Links sind auch noch welche. Hm. Aber denken Sie dran, das könnte die Mission sein, ne? Ja, ja. Ja, ja. Sind Sie jetzt links am Geschütz? Sie können mich ja eigentlich am Wasser rauslassen, unten. Wenn Sie ein bisschen runtergehen, dann schwimme ich da hin. Meinen Sie? Ja, gehen Sie mal runter. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Weiter, 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 weil da sind nämlich welche. Weiter, weiter, runter, 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 runter. Nicht zu weit. So, gut, bleiben Sie mal. Warten Sie, ich... Ich steige aus. Okay, ich bin raus. Ja. Ja, ist schwierig, da ist auch Unidat. Und fährt gerade ein Unidat lang. Nee, ist schon nicht schlecht. Oh, hier kann man angeln. Ja, super. Kann ich auch am Wasser landen. Boah, geile Boote sind hier, boah, geil. So, ich versuche mal hier am Wasser zu landen. Ich hoffe, es ist keiner. Ja, da ist so ein Vergnügungspark. Ja, warum schwimme ich denn dann? Das ist ein Casino. Ja. Oh, da sieht mich einer. Scheiße. Ein Storyeinsatz, ne? Ja, 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 ja. Ich gehe da zurück. Guck, der hat da hinten... Kommen Sie mal wieder ins Wasser. Der rennt da wie Sturm panisch umher. Ich hoffe nicht, der macht Alarm da hinten. Der kommt... Ach, der fährt mit dem Auto weg. Scheiße. Wo fährt der denn jetzt hin? Ja, toll. Der heizt hier weg. Können wir den hier wegfahren lassen? Dann können wir doch eigentlich gar nicht, ne? Wo fährt der denn jetzt hin? Boah, der heizt wie ein Irren. Ich kann nur da jetzt nicht hinterher. Das endet immer schlecht, wenn ich sowas mach. Der fährt ins Dorf. Keine Ahnung, was der jetzt macht. Der Storyeinsatz ist hier. Ja, ich weiß. Das war nicht gar nicht so geplant, ey. Mir eigentlich nicht. Wird gesehen? Ja, Vorsicht. Ich lande am Strand. Vorsicht, gehen Sie mal auf Ihren Dock. Ah, da kommt einer. Da schießen Sie schon auf Sie. Ich sehe einen dritten. Oh, ich kann auch schießen. Oh. Oh, da kommt noch mehr. Ja, ich sehe es. Da ist ja cool. Ich schieße alle auf Sie. Da ist ja cool. Der Scharfschütze ist ausgeschaltet. Ja, ich lande. Down. Okay. No, ist weiter. Copy Z. Ausgeschaltet. Weiter, weiter, weiter. Kein sauber zu sein. Ja. Kommen Sie hier hoch? Jawohl. Alles gut, alles gut. Da sind wohl noch welche, aber langsam. Ja, da sind außen, außerhalb. Wollen wir das Casino mal aufrufen? Wir müssen nur Theater machen da drin. Okay. Ich gehe draußen am Steg. Draußen am Steg. Also wir sollen niemanden töten eigentlich, ne? Ja, aber draußen am Steg ist noch ein Opfer. Boah, wie schön das aussieht. Wir sollen hier nur Theater machen, sonst nix. Ein bisschen rumballern, ja? Ja. Nur auf die Dinger schießen hier. Noch einer? Der ist weg. Okay. Dann gehöre ich auch mal hier ein bisschen Casino-Randale machen. Einmal Randale im Casino. Kann ich hier ron? Warten Sie, ich will auch mal. Hui. Oh, da haben Sie ja schon alles kaputt gemacht hier. Oben sind auch noch welche. Mir kann es doch die Tische kaputt schießen hier. Komm schon, noch so oben. Warte mal, ich schmeiße da meine Granate. Nein, die lassen Sie die Granaten weg, bitte. Ach, der hat mal seinen Granaten, ne, Freunde? Wo ist denn oben? Wo komme ich denn hier oben? Komm mal her, ich habe jetzt erstmal den Orden. Komm mal her. Achso, da ist oben. So. Ey, die haben wir noch gar nicht angenommen, den Einsatz, ne? Stimmt. Dann machen Sie das mal. Nimm mal den Fertigkeiten-Punkt hier. M. Da sind wir doch gerade. Warte, ich markiere den. Ja. Okay, haben wir. Hab ich gemacht. Ja, alles kaputt kloppen hier. Glücksspiel ist... Hier unten sind auch die Pfeile hier unten, da müssen wir auch hin. Glücksspiel ist Teufelswerch. Teufelswerch, Mann. Teufelswerch braucht sowas keiner. Komm mal her, wir müssen hier runter. Teufelswerch. Ja, ich muss die... Alles kaputt machen hier. Da ist noch was. Ja. Alles ruhig hier. Hier hinten sind auch noch welche. Teufelswerch. Die VIP sind geflohen. Das Gebäude liegt getrümmern. Der Pionierkumpel gefällt unser Angebot. Das erregt mit Sicherheit Casitas Aufmerksamkeit. Sehr schön. Schönen wir jetzt eine Runde oder ist der Tisch im Arsch? Alles kaputt. Jawohl. Frau Bowman. Aber ich muss noch mal Muni haben. Ich tue mir mal eben den Orden. Ja, mach das mal. Ich brauche noch Muni hier eben schnell. Hier haben wir noch irgendwo Muni, ne? Ja, unten. Oben, ne? Hier unten. Ich bin auch unten. Ja, unten und oben ist Muni. Ja, wo denn jetzt? Aber ich glaube, ich brauche unbedingt Muni, ey. Unten ist Muni. Ja, wie unten ist Muni? Muni, Mitte ist Muni. Irgendwo hier. Wo denn da? Da war ich doch. Da habe ich doch geguckt. Waren sich Kuchen auch mal. Weil, es gibt doch kein Oben hier, oder? Gibt es hier einen Oben? Ja, irgendwo muss doch Muni sein. Muni, wo bist du? Muni? Dann nehme ich hier. Muni. Wahrscheinlich hier in der Dienstg... Hier ist Muni, komm her. Kommen sie ran hier. Muni. In der Hüte, jo. So, wir haben sie alle geschockt jetzt hier. Ah, Muni. Jawoll. Sie sind aber auch ein Schocker, ne? Haben sie jetzt gemacht? Sie alles. Rudolf Rockum. Wenn man die Kaffeemaschine... Nein, die Kaffeemaschine, ja komm. Ein schlechter Soldat, so eine Kaffe ist immer ein Schick. Eigentlich ja nicht, aber Kaffee ist ja was Wichtiges. Warum machen sie die Kaffeemaschine kaputt? Ja, weil die, wenn die schlecht drauf sind und können keinen Kaffee trinken, ist halt wiederum... Achso, meinen sie ja? Wie froh ist, ja. Okay, was machen wir jetzt? Irgendwie... Aber ich möchte einmal... Kommen sie ein schönes Foto von dem Casino. Kommen sie mal her. Das muss sein. Kommen wir hier auch hoch? Kommen wir hier irgendwie hoch? Können sie sich auch auf ein Auto stellen. Ja, das will ich nicht. Achso. Schönes Casino. Warten Sie mal. Muss ich doch glatt mal Foto machen. Soll ich mich aufs Auto stellen? Nee, brauchen sie nicht mehr. Okay. Das ist auch das ganze Bild, nämlich. Was machen wir jetzt? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt im Heli und holen uns... Moment, ich muss mal einen gucken. Und holen uns da unten die Aufklärungsdaten, nämlich bei B. Hab ich markiert. Wir gehen jetzt zum Heli und... Ja, dann mal los. Dann ab zum Heli. Der raucht zwar ein bisschen, aber ich denke mal, der wird uns den Weg noch begleiten. Was mir hier fehlt, dass man den reparieren kann. Das fehlt mir. Ja, stimmt. Sie wollen wieder wie bei Far Cry, so ein bisschen. Ach, den wir wollen wir schon hinkriegen. Hör mal los, das schaffen wir ja wohl noch. Ja, das kriegen wir hin. So, ich weiß. Rechtsfrei, linksfrei. Und ab geht die Reise. Ja, den müsste man reparieren, das wäre besser, ne? Ja, absolut. Ich fliege auch noch extra nicht so hoch. Schade, der schöne Heli. Den hätten wir so schön... Ja, da ist auf jeden Fall was. Ich lande mal hier oben. Ja, fliege mal weiter. Ja, da ist aber ein... Du kannst ja oberhalb, kannst du ja runtergehen. Und dann können wir ja mal ein bisschen mit... ... mit Röhnchen machen und so. Oh, da ist ein Vergnügungspark oder so weiter. Ja, dann noch mal hier oben. Ja, ich verstanden. Okay. Dann war aber sanft gelandet, ey. Danke. So, dann lasst uns das mal beobachten hier. Sieht schön aus da mit dem Torbogen, ne? Ja, ja, irgendwie schon. So. Lass uns das mal beobachten. Hier haben wir mal auf den höchsten Point. Hier. Und dann gucken wir mal. Machen sie Dröhnchen? Wollen sie, dass ich ein Dröhnchen mache? Ja, ich mache auch eins. Ja, gut. Weil zwei Dröhnchen sehen immer mehr. Da haben sie recht. Da drin... Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Na ja, gut. Ich meine... Habt noch einen, macht fünf. Ein bisschen was fehlt noch. Da ist noch einer. Also eine Nachschubkiste. Schon mal cool. Da muss doch noch einer sein. Hier hinten muss auch noch einer sein. Da hinten sind noch welche. Da. Warten sie. Die haben Geiseln. Aha. Nee, die graben da irgendwas. Alter, die machen... Was? Da hinten. Blieb mal rechts rüber. Ja. Alter, da hinten rennt auch noch welche rum. Wo die Toiletten sind, meinen sie? Rechts. Ja. Rechts habe ich zwei markiert. Okay, ich weiß nicht. Ich habe hier noch einen. Du brauchst eigentlich nur am Strand langfliegen nach rechts. Was machen die da? Graben die da ein Grab oder was? Graben die da ein Grab. Am Strand entlang fliegen. Rechts. Ja. Rechts lang, rechts. Wo ist denn dein rechts? Da wo rechts ist eigentlich. Ja, du bist aber links. Da hinten, da. Ja. Geh mal gucken, was die da machen. Wo die das Soldaten? Ja, ich glaube, die schaufeln da ein Grab für jemanden, ja. Die schaufeln da ein Grab für jemanden, auf jeden Fall. Hier drin ist garantiert auch einer. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, hier sind nur so einige, wenn ich das mal sagen darf. Hier ist auch noch einer drinne. Achso, da meinst du da drinne. Hier ist noch nicht alles, alles markiert. Hier wird gefilmt mir ja nicht. Hier ist nix. Da ist noch einer. Wo ist der denn? So, hier ist noch einer. Da ist noch einer. So, jetzt haben wir sie alle, ne? Fast, oder? Ah, fast. Einer ist noch da hinten irgendwo. Hm, hier irgendwo. Einer muss hier irgendwo noch sein. Bei den Gefangenen irgendwo. Ja, im Haus wahrscheinlich. Ja, ich guck mal. Oder hier drin. Geh mal mit der Drohne ins Haus. Flieg mal hier rein. Hier rein, hab ich gesagt. Hier ist keiner. Du bist auch noch mit der Drohne da oben. Ich glaub, die holen wir uns alle jetzt. Sollen wir von, äh, hier links anfangen? So. Komm, wir holen die uns links hier. Links. Ja, fangen wir mal links an, genau. Fangen wir mal los. Haben wir den Zeit da noch? Schön aufpassen. Wir sind hier alle schön, alle drei alleine hier. Schnappen wir uns eben. Ihr bleibt dabei, Leute. So, wir fangen jetzt hier an. Ja. Die stehen alle so wunderbar hier, außer der eine noch nicht. Warte. Da unten links, okay. So, der eine ist hier im Container. Ja. Den können wir noch nicht holen. Einer sieht mich. Down. Ja, einer noch. Down. Okay. So, die anderen kommen auch hier hin. Ja, schläge ich mich mal am besten hier hin, was? Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ah, ich seh da hinten. Ah, die haben auch große Klappe. Ah, ich seh schon. Down. Ubi ist weg. Ubi ist auch weg. Und Ubi ist der Nächste. Am LKW, der LKW. Der fährt nirgendswo mehr hin. Vorsicht, hier unten. Ausgeschaltet. So, die... Da machen die drei dann noch Theater. Ja. Ob soweit haben wir alles weggeräumt. Da kommt einer. Da kommt wieder einer. Ich hoffe. Ja, lass ihn kommen. Wenn er mutig ist. Ah, der holt Verstärkung. Ah, ich verstehe. Jetzt kommt er. Unter Verstärkung? Der ist down. Ja. Der zweite kommt gleich in der. Auch weg. Einer noch. Oh, da bin ich getroffen. Was ist das denn? Und da ist noch einer. Ey, wie kann der mich denn sehen? Okay, sind down. Der kann mich doch nicht durch den Torbogen sehen. Sind down. Dann war's. Jawohl. Alle erledigt. Komm runter, wir lassen die Gefangenen raus. Jawohl. Los geht's. Gute Aktion, Jörg. Wir haben eine Community-Herausforderung abgeschlossen. Wussten Sie das? Ist es wahr. Äh, hier sieht mich einer. Ja, Unidat, bleiben Sie weg. Ah! Wie bleiben Sie weg? Ja, Unidat. Jetzt denken wir uns wieder mit Unidat an. Jetzt kommen wieder 10.000. Ach, die Paar da, ey. Mann, mach die weg und gut. Unidat. Hör auf zu heulen, ey. Ne, Unidat, ja, 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 ja. Die doch schon platt. Vom Wegen. Ich sehe sie nur nicht. Oh, ich sehe sie nicht. Ich habe keine Schüsse mehr, geil. Ja, da kommt der nächste Wagen. Nur zur Info. Da hast du gut gemacht. Ich. Was ich gut. Komm, hier hoch. Da ist noch einer. Da sind drei. Einer. Drei? Einer hat den zwei. Ich habe ja schon. Ach so, da hinten sind noch welche. Ja, was denkst du denn? Einer down. Zwei down. Da kommt noch ein Auto. Ja, dann schmeiß den Granat. Down. Oh, einer ist down. Da kommt noch ein Auto. Down. Da sind nochmal zwei. Down. Jawohl. Da kommt noch mehr. Ja, wir müssen hier weg. Ja, habe ich doch gesagt. Ja. Ja, da kommt noch ein Auto. Immer schön Granat. Kommt, ich habe keine Mohnen mehr. Ich muss runter. Wir holen uns die Aufklärungsdaten. Kommen sie. Ja, los. Komm. Weil ich, wir müssen da runter. Zack. Ganz schnell die Daten holen und weg hier. Oh, scheiße. Kecke. Scheiße. Wir haben eine Spur von Casitas Helfer. Ja, ein Hecke mal. Ich habe keine Mohnen mehr. Ach, ich liege. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ich hatte keine Mohnen mehr. Ich musste, der hat mich durch die Fensterscheibe irgendwie. Kann ich auch leider nicht holen. Ja, Unidat. Toll. 1000 Unidats hier. Ach, Lexi. Ich weiß noch nicht mal, wo du bist. Ja, also warte. Ich komme, dann versteck dich irgendwo. Geh in den Heli. Ja, ich hau irgendwie, ich hau ab hier. Geh in den Heli. Aber die kommt von allen. Ach, du Scheiße. Die kommt von allen Seiten. Geh in den Heli. Ich kann nicht. Ja, hinter dir, hinter dir. Ah, toll. Ja, danke. Super gemacht. Ich sage doch immer, Unidat ist echt shit. Ja, aber die habe ich doch nicht gesehen. Wie soll ich die denn sehen? Ah, machen sich nicht eine Hose. Ja, Unidat ist immer scheiße. Da kommen einfach zu viele. Ja, du machst ja immer in der Hose. Du hast immer die Hose nass. Was soll denn das jetzt? Warum sagen sie das jetzt? Warum sagen sie das denn jetzt? Was soll denn das? Was soll das denn? Was soll das denn? Also wirklich, Freunde. Sag doch mal, das ist doch nicht fair. So, und ich sage jetzt mal, wo ist er denn? Ich kann doch nicht, weil der lädt noch bei mir. Bei Ihnen later noch. Was soll denn das? Warum sind sie denn jetzt so? Wo sind sie denn jetzt hier? Ich sehe sie doch schon. Ich verstehe das nicht. Hier bin ich doch. Ach da. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. So sieht es aus. Also, mach's gut. Tschüss. Tschüss.